Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Kohlenhydrate, Allgemeines. Als Vorkenntnisse solltet ihr die Grundlagen der organischen Chemie bereits beherrschen. Ihr solltet klare Vorstellungen darüber haben, was Alkohole, Aldehyde und Ketone sind. Das Ziel dieses Videos ist es, euch einen Überblick über die Kohlenhydrate zu verschaffen. Das Video ist in neun Abschnitte gegliedert. 9. Zusammenfassung 1. Woher kommt der Name? Es gibt einen klassischen Versuch mit Zucker, den ich hier kurz beschreiben möchte. Man lässt auf Zuckerkristalle konzentrierte Schwefelsäure einwirken und erwärmt. Die Schwefelsäure in ihrer konzentrierten Form zeigt hier eine Eigenschaft, an die wir gewöhnlich nicht denken. Es ist nicht das saure Verhalten der Verbindung. Auch hat es nichts damit zu tun, dass Schwefelsäure ätzend ist. Und auch die Giftigkeit spielt hier seltsamerweise keine Rolle. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com